team of the season alter erstes pack team of the season fairmann was geht ab very nice ja schauen wir mal was man noch so haben die spielerwahlen aber wie geil ist das erstes pack direkt erst mal ein team of the season gezogen leute fängt schon mal gut an aus dem 70k pack schauen uns noch die zwei an die leihspieler sind eigentlich alle komplett uninteressant aber was man hat hat man ja so ein okay nimmt natürlich auch gern mit jo leute danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal ciao